ARD Text im Auftrag von Funk Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu GTA Online. Wir spielen heute wieder Sumo 5 und wahrscheinlich auch 6. Oh, ich fand Smart. Danach ist Brahma mit dem Runterladen fertig. Ich hab Brahma. Diesmal sind wieder die gleichen Jungs wie letztes Mal. Da Luca hat Christian. Depp und ich, Depp. Ah, ich hab einen Smart. Sepp, wir beide haben einen Kackhaut. Boah, was haben wir uns denn da ausgesucht? Beide gleichzeitig scheiße. Ja, aber ihr seid wenigstens... Das ist einfach runtergefahren, okay? Ja, nicht ganz... Ihr seid wenigstens schnell. Ja, und schwach. Ja, und schwach. Guck mal, der kann mich einfach wegschieben. Nein! Boah, was ist das für eine Gurke? Sollte das die erste Folge seinem Udalo nicht gewinnen? Ja, echt? Ja, echt? Fragerecht. Okay. Peter gewinnt. Ich steig gleich aus und zieh Peter aus dem Auto. Moment, geht das? Ja. Moment, geht das? Oh. Ich will mir einfach deinen Wagen jetzt. Ich würde aber interessieren, was passiert, wenn du aussteigst und dich einer plattfährt. Das werde ich dann natürlich auch versuchen, logischerweise. Nicht dein Auto explodiert. Du bist nicht, äh... ...unnergefallen. Ein guter Punkt, vielleicht spawnst du auch einfach nur neu, wa? Man ist nicht schön. My girl want to party all the time? Was ist da? Welche Farbe hat Dalu denn nochmal? Rosa. Naja, du bist orange, ne? Aua. Nein, nein ... Nein, nein, nein. Komm, komm, komm! Die Leute, 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 die Leute! Guck mal, ich schiebe mich einfach weg! komm wir haben Peter hier in der Mangel nix hast du in der Mangel Peter muss weg Da musst du rein Peter NAAAHHH Machen wir ihn einfach weg kannst du jetzt Schreine 3 gegen 1 ist voll unfair Wir sind einfach rückwärts weg Ihr schickt schon wieder Dalu den Sieg Nee wir sind voll Luli Wir dürfen Dalu den Sieg Was? Was? Oh jetzt Dalu Ja ja Hilf ihm Ich helfe doch Alter er schiebt mich einfach weg Er schiebt uns weg Okay wir müssen mit Tricks gewinnen Wir vor allen Dingen Ihr seid nicht in einem Team Wir sind Team Smart Jetzt kommt der krasse Trick von Sepp Oh nein Oh Christian komm schon Jawohl Nice gemacht Richtig nice gemacht Oh Oh Sepp Oh Sepp Oh Nein Ich hab ne Runde geholt Ja kaum nimmst du dich mehr auf gewinnst du die Runden Christian Das ist ja immer so Ja das ist echt immer so Das ist der Fluch Der Fluch Das ist echt krass Der Fluch Der Fluch Der Fluch So aber jetzt mach ich da mal kurz hier Das mach ich jetzt mal kurz hier dicht Ich bin eher dafür dass Chris gewinnt als Peter Warum? Ich bin auch eher dafür Ich bin da eher so gegen auch Ich bin da eher so gegen auch 50-50 50-50 Jetzt hör doch mal auf den in dein Team zu zerren dann Du nützt dann nur aus und lässt dich dann fallen wenn er fertig ist Nein viel Wir schieben zusammen Jeder schließt sie hier von sich auf andere Was ist Lüge Erstmal Sepp ficken Peter, wie hast du das denn gemacht? Ja, ich bin ein großes Auto Da liegt Sepp Oh, wie Dado da hinten chillt Oh, jetzt halt Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen Moment, ich helfe euch zwei sofort Nein Ey, Moment So ist das jetzt aber nicht gedacht Was war du denn jetzt hin? Ich bin runtergefallen Oh nein, 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 nein Du bist runtergefallen, Dado Oh Ja, warte Ja, ja, ich warte Das wird ein kleines Tänzchen jetzt Oh, der kommt da Oh, oh Oh, nein Oh, noch mal voll Oh, noch Steig aus Geht nicht Es geht nicht Gewinner So läuft das, Jungs So läuft das Nee, so läuft das, Jungs Ich hatte voll das Opfer-Auto Peter hat ja auch hier nicht Kompakt Sondern hier Monster Truck Ey, ich war zwar auch aus der Kompakt-Klasse Ja, ich war auch aus der Kompakt-Klasse Ja, Slow Clap Ja, Slow Clap Gepink, ganz so Was hab ich denn da für ein Leberfleck Ohne Backe Mehr hast du auch nicht verdient, ey Das ist scheiße Ich hab für dich ge-Slow Clap, weil du nicht einen Punkt geholt hast Gefällt gut War mir nicht so schwer War mir nicht so schwer, keinen Punkt zu holen So, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut und sind sofort wieder da Wir sind zurück bei Sumo Battle Diesmal mit Supersport-Wagen Und zwar Sumo 6 jetzt auch Das ist nicht Zentorno der krasseste von allen Wagen? Alter, ist ja schnell Das ist auch mein persönlicher Wagen, genau Hallo Oh, ey, ey Beschleunigung ist krass Beschleunigung ist echt krass Oh, ho, ho, ho Nein, nein, nein Wo sitzt du am Betteln? Da sitzt er am Betteln Na, komm, den Pink Oh, nohail Oh God, oh, nohail Nein, Zep Nein, nein Nein ergah Christian, komm lass mal den grün holen Nein 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 nein, nein nein Wieso ? Hör auf die Leute gegen mich abzustehen Du hast doch gerade den Pink gesehen Erst willst du, erst willst du mir deine Weifel nicht geben Und jetzt kämpfst du auch noch gegen mich Das fiel nie in Ordnung Da ist er Er fährt nur rückwärts weg hier Er will ne Chris Nein, nein, nein Warte Oh Gott Er hat eine Auffalle gegen mich zu gehen Alter Oh, oh, oh Das hat er davon Oh, Sam rausgekillt So, mein Freund Ich glaube, du hast mehr Power als ich, kann das sein? Ich weiß nicht Ich glaube, ich kann ihn nicht schieben Ach, fuck Ah, du motherfucker Nett Scheiße, okay Das muss ich mir doch mal überlegen Nein Ich erwischt, mein Freund So wird das nix Boah, ich brauch echt die Handbremse bei dem Auto Wer kann den jetzt in den hier schieben? Das finde ich schon mal gut, dass ich schieben kann Oh, Alter, aber richtig schieben Oh, 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 oh Oh, nein, 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 nein Jetzt hier nochmal Wart, Peter, keine Eier für Neue Keilerei Er fährt mir dahin, he? Dann lockt Peter einfach in den Tod Das war lustig. Moment, habe ich Best of One gemacht? Das war jetzt aber nicht der Plan. Aber ist nicht schlimm. Daneben lass doch einfach nochmal Sumo 6 nehmen. Können wir jetzt nicht. Daneben war Sumo 2. Sumo 2 war eh lustiger. Wir brauchen die selben Autos wie letztes Mal. Ich glaube die sind sogar voreingestellt. Normalerweise ist Best of Two auch voreingestellt. Ich bin sehr verwirrt. Ja, weil Peter nämlich alles umstellt. Ich habe nichts umgestellt. Ich habe auch diesmal die voreingestellte Wagenklasse gelassen. Hier, gewinne mit zwei Runden. Steht da jetzt auch wieder. Und festes Fahrzeugklasse Geländewagen. Vielleicht weil du ja gerade ein Auto auswählen wolltest, bist du da einmal kurz nach rechts gekommen. Nicht, dass ich wüsste. Einstellung bestätigen. Aber es ist dann natürlich nicht unmöglich. Spielen. Dauert ein bisschen, glaube ich. Deswegen sind wir sofort wieder da. Ich wechsle. Ne, wir haben nur zwei Teams jetzt. Scheiße. Ja komm, wir machen mal zwei Teams. Aber welche Autos? Okay. Also ich hatte nicht den Dune Buggy, sondern den rostigen Rebellen? Ja. Dalu, wir machen das. Ja, du bist in meinem Team. Dalu, wir machen das. Ja, ja, wir machen das. Wir machen das. Du musst auf Peter gehen. Das ist ganz wichtig. Gucken, was der für ein Auto hat. Ach komm, jetzt hat einer den Marshall genommen. So, 3, 2, 1. Wir sind wieder da. Und diesmal spielen wir mit Teams. Ich bin mit Sepp im Team und Dalu ist mit Christian im Team. Natürlich absolut gewollt. Ich habe auch den falschen mal genommen, glaube ich. Und ich habe den Monster Truck. Der ist noch besser. Er hat den Marshall. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich fahr einfach immer Dalu runter. Alter! Der Monster Truck hat mich einfach weggeschleudert. Der Monster Truck ist relativ stark, würde ich sagen. Nice one, Sepp. Das machst du jetzt bitte nochmal. Das war ein schnell verdiente 1000 Dollar, muss ich sagen. Noch ist hier nichts vorbei, ja. Ich nehme jetzt hier den Monster Truck auf die Hörner. Hast du absichtlich den Dune Buggy genommen? Ja. Der hat mein letztes Mal auch. Ich habe auch wieder die falsche Karre. Ich hätte eine kleinere nehmen wollen. Ich wusste nicht, dass der so groß ist. Groß ist ja gar nicht so verkehrt erstmal. Doch, groß ist verkehrt gegen die Kleinen. Ja, oder du hast ganz große. Aber der Monster Truck hat mich einmal weggeschleudert. Das war richtig übertrieben böse. Ich krieg den. Dann habe ich gar nicht mitbekommen, dass der so weggeflogen ist. Ah fuck. Ich werde gevögelt! Oh, Christian killt sich selber! Kann ich bremsen? Ich konnte überhaupt nicht mehr richtig bremsen. Ja, du hast natürlich einen deutlich weiteren Bremsweg, ne? Noch gebe nicht auf. Das ist ziemlich lustig, Dalu. Nee, nee, erst mal das Pitter weg. Du musst die nur von der Seite kriegen, Dalu. Ja, erst mal das Pitter weg. Dann sind die am Sack. Da habe ich weggeknallt, Alter! Nein! Jetzt sehe ich nicht was passiert! Nein! Nein, 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 nein! Ja, der lädt immer so ein bisschen. Nein, nein, nein! Nein, Sepp! Komm schon! Dann ist Monster Truck! BAH! Bill! Ahhhh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh! Jawoll! Ja, nein, nein, nein! Ja, nein! Ja, nein, nein! Hoh! Hallo! Haul! Haul! Jaaaaan! Oh, ich hänge, ich hänge! Das ist nicht wahr! Ich fahr über den Treffer! Jawoll! Nein! Nein! Ach, Mann! Sepp war doch zweimal am Abgrund! Boah, ist das lustig! Ja, er hat's versucht! Oh, Rang erhöht! Mir ist 44! Warte, war ich vorher 43? Oh, yeah! Wieso darf ich deins sehen? Wieso wird nicht meins abgespielt? Weil du zu schlecht warst! Finde ich jetzt aber hart! Persönlich! Komm, das ging alles so schnell! Wir machen sofort noch ne Runde! Bis sofort! Bis gleich! Wir sind wieder da! Mit! Und wir spielen jetzt noch mal ne Runde Sumo 6! Ist das der Baller, den ich habe? Alter, Peter hat voll ein riesen Teil! Ich?! Der Baller! Aber den Baller gab es auch noch in SE! Okay! Ich habe doch da einen... Oh, ey, ey, ey! Komm schon! Fick da, Lu! Komm, schieb, schieb! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ups! Ah, Scheiße! Ey, Peter, was soll denn das hier? Also, ich habe, glaube ich, nicht so ein starkes... Oh Gott! Nein! Neeeein! Wir haben keine Kinder jetzt! Ah, fuck! LOOOOOOL! Was passiert jetzt? Wir wieder, das dauern zu lange! Ups! Nein, 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 nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Alter, Christian hat mich einfach weggerammt! Ne! Jetzt geht wieder der Tanz los! Aua! Voll in den Arsch gefügelt! Pock, Pock, Pock! Wo ist das rosa, ne Schau? Ich glaube, Dalu hat den stärksten Wagen! Fahr einfach noch ein bisschen in den Kreis! Aber nicht den schnellsten! Ich fände dafür nicht so schnell... Ne! Ne! Aua! Ein Tanz! Sie lieben sich! Oh oh! Oh, schieb ihn! Fuck! Ah! Ging nicht! Weil Dalu hat... hat diese Folge noch keine Runde gewonnen, wa? Kommt jetzt! Vielleicht! Wie gegen ne Wand, ey! Das ist auch nicht so verkehrt! Der ist ja auch pink! Nein! Wie ein Hochzeitstanz! Ja! Nein, nein! Er schieb mich! 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 Er ist leider nicht weiter nach vorne! Oh! Boah! Die Fläche ist aber auch riesig! Ja! Komm schon! Ab mit dir! Ne! Da muss man ja nur bremsen! Ah! Das ist doch kacke! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Die bremsen aber auch relativ schnell! Ja! Das... Das ist einfach rückwärts! Einfach rückwärts! Da fahr ich schon! Nein! Oh! Christian! Ja! Ja! Kein Problem! Oh oh! Oh oh! Ne! Der bremst halt zu schnell! Was ein Kämpfchen hier! Ihr habt noch 29 Sekunden Zeit! Ich geb alles! Oh jetzt! Wie sie versuchen zu baiten! Ja ne! Fünfte Sekunde! Oh! Neiiiin! Kriegst ihr jetzt beide einen Punkt eigentlich? Ne! Da kommt doch wieder dieses Sun Death! Ja stimmt! Moment! Was war's an Death? Oh! Da musst du in den Bereich bleiben! Ach ja! Genau! Ok! Wieder noch spannend! Oh oh! Ok! Ihr seid im Bereich! Oh! Und wenn ihr in 4 Sekunden die mit einem Reifen außerhalb der Markierungen seid... Ja! Die wird jetzt... Ah! Oh! Die wird doch kleiner! Ja! Die wird gerade kleiner! 100%ig wird die gerade kleiner! Oh! Oh! Nein! Die ist gemein! Ja du die Sau! Ey! Ist am Anfang einfach nur stehen geblieben! Ne! Ich hab immer nach hinten... Bin nach hinten gefahren! Ja ja! Ja ja! Zwei Millimeter! Ja ja! Aber gibt gut Cash! Wobei ich bin als erstes rausgeflogen! Ich hab gar nicht so viel cash bekommen! Hat ja auch lange gedauert! Ja! Hat auch lange gedauert! SUVs ist glaube ich für dieses Ding nicht die beste Entscheidung! SUVs wären winzig auf diesem winzig Ding! Da wäre noch weniger Platz! Ja du brauchst ja auch weniger Platz! Am meisten Impact hatten hier die Offroad Digga! Ja! Aber das war auch halt auf Offroad! Da wirst du halt geschoben! Zwei하고 der schaut um Sp hall'n! Ey! Erstmal alle anderen ab vorbei gefahren. Oh, schön! Alter, das ist richtig schönig! Eine schöne Performance! Boah! Meine, meine Karre ist voll seGuesse! Ah! Nicht auf mich, Dalu! Du hättest doch Seb machen können! Alter, Dalu! Dalu! Seb! Was soll das? Nene! Du wolltest clauses mit Mis machen hier! Ja, wollt ihr auch. Was ist das hier mit dem Polonaise? Komm schon, ach verdammte Scheiße. Das wäre eure Chance gewesen! Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Doch, 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 doch! Verdammte Scheiße! Schieben, schieben! Und steh hinten! Ach komm, Fehler, ey! Ne, so wird das hier nix! Aua! Ich sollte aufpassen, was ich mache! Da kommt er! Ohohoho, von Christian! Wenn du gegen den fährst, bist du aber echt am Sack! Alter, ohne Scheiß, wenn ich gegen den fahre, dann flieg ich weg! Ah! Bam! Boah, Christian, kann die Leute richtig raven! Ja! Krass, ey! Oh, ne! Das war knapp, jeder! Nein, nein! Schuss! So wie es kann ich nicht so gut umgehen, ey! Das ist ein bisschen kacke! Ne, Dalu ist genauso stark! Ja? Boah, haben sie den aber richtig dazwischen genommen! In die Mangel genommen! Guck mal, Zafir wird das jetzt unter! Alter, guck mal, wie der mich weghaut! Nein! Das war knapp! Guck mal, ich schieb den nicht mal! Holy shit! Guck mal, nix! Das war gut, Dalu! Das war gut! Das war gut! Ja! Oh, wie hell das jetzt alles ist! Oh, Sepp und ich sind gleich stark! Ja, aber... Der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen Dalu Kart identifiziert! Nein! Der Verdächtige soll anscheinend mit der Crew Trouble Town unter einer Decke stecken! Kann man mit Massagen flachgelegt werden? Ein lokaler Chiropraktiker sagt ja! Wat? Wird mal kommen bald in lokale Busse! Ja, und jetzt sind wir wieder bei... Aber Reifen sind doch schon voll quer! Wir könnten immer noch Kurven fahren! Alles klar! Oh, das war ganz schön knapp! Oh, das war ganz schön knapp! Das war echt knapp! Oh, gleich ThunderDef mit drei Leuten! Warten sie Sekunden, ja! Ah, okay! Der Filter gefällt mir! Ja, der Tolle ist, ich kann super easy weggeschoben werden, dass es für ThunderDef... Ah, gut gemacht! Nein! Echt nicht gut! Alter, das ist wirklich... Brrrr! Oh, oh! Oh, oh! Ey, Leute! Ey! Du schiebst mich sogar! Von wegen! Oh, oh, oh! Oh, die Shit, Leute! Bleiben wir bei euch stehen, okay? Oh, oh! Oh, wie er sich gerettet hat! Das ist knapp! Oh, oh! Alter, ich kann mit der Kamera nicht mehr in die Blase kommen! Ich kann nicht mal mehr drehen! Nein! Dalo ist in der Mitte! Dalo wird gewinnen, Leute! Nein! Christian ist in der Mitte! Ey, Christian! Ich bin auf! Christian! Ja! Komm, wir kuscheln aneinander! Nein! 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 What the fuck! Hä? Ja, was denn? Dalo müsste rausfliegen, oder? Ja, Dalo fliegt als erster raus... Nein! Christian ist rausgeschlungen! What the fuck! What the fuck! Das war doch Cheat over 9000 einfach nur! Ich hab auf dem Ding noch sogar draufgestanden! Ach, Mann! Mich fand ich jetzt auch frech! Also bei mir war Dalo Card als erster aus dem Ding raus! Genau! Ich hatte schon... Mein halbes Auto war schon draußen! Christian war immer noch ganz in dem Kreis drin! Aha! Aha! Er gibt zu! Aber GTA wird das ja richtig entschieden haben! Ja! So, Leute! Das war mal wieder eine Runde Sumo! Und nächste Folge machen wir ein bisschen Adventure Map! Und dann sind wir auch zu 5 Brambis dabei! Also bis zum nächsten Mal! Hau drei! Ciao! Tschüss!